WDR 2 Radio zum Mitnehmen Kabarett Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon der Dienstag. Echte katholische Konservative sind in diesen Tagen wahrlich nicht zu beneiden. Erst tritt ihnen der deutsche Papst zurück und dann noch das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil über das Adoptionsrecht für homosexuelle und lesbische Paare auf die Füße. Bei der Wahl in Italien war der konservative Spitzenkandidat ein Bunga-Bunga-Zombie, neben dem Rainer Brödele als abstinente Bet-Schwester durchgeht und jetzt muss noch der ranghöchste Katholik Großbritanniens als Anhänger der Kirche von hinten auf das Konklave verzichten, weil er sich seinen Priestern nach der Messe in unangemessener Weise genähert hat. Als Staatsoberhaupt müssen die deutschen Konservativen einen Mann bejubeln, der, obwohl er vor Gott und dem Gesetz mit einer Frau verheiratet ist, mit einer ganz anderen Frau in wilder Ehe das Schloss Bellevue entehrt. Und im September sollen sie bei der Bundestagswahl ihren Überzeugungen zum Trotz eine kinderlose, geschiedene und wiederverheiratete Frau wählen, die ihnen alles genommen hat, was ihnen je heilig war. Die Hauptschule, die Wehrpflicht, die Atomkraft. Und während die echten Konservativen immer noch nicht wissen, wie sie das alles verdauen sollen, dürfen sie jetzt noch die Einführung eines Mindestlohns schlucken und als Nachtisch lauert die völlige gesetzliche Gleichstellung der Homo-Ehe. Es droht das Ehegattensplitting für homosexuelle und lesbische Paare. Und einzig Horst der Seehofer, der Hüter von Ehe und Familie, leistet noch Widerstand, denn Seehofer hat das Ehegattensplitting schon immer auf seine eigene Art interpretiert und gelebt. Doch die katholischen Konservativen können einem fast schon leidtun, denn sie werden von der Wahlurne direkt in den Beichtstuhl rennen müssen und wer weiß, wie hoch die Buße für ein Kreuz bei der CDU diesmal ausfallen wird. Noch bedauernswerter als die echten scheinen mir nur noch die falschen Konservativen, die verzweifelt versuchen, Peer Steinbrück das Etikett Sozialdemokrat auf genau den Buckel zu kleben, den sie ihm eigentlich runterrutschen können. Wenn Angela Merkel nach der Homo-Ehe jetzt auch noch die Finanztransaktionssteuer einführt, hat sie die Existenzgrundlage der SPD endgültig abgeschafft. Bleibt nur noch die Erledigung der Grünen durch einen Abschied von Stuttgart 21 und die Blockparteien CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne können problemlos zur Einheitspartei unter der Leitung von Mutti verschmolzen werden. Da wird die Nachfolgeorganisation der SED aber Augen machen. Bis neulich.